Warum begeht der Mensch eigentlich Riva? Was sind die Ursachen und Gründe? Denn wenn man etwas behandeln will, muss man seine Ursachen kennen. Erst wenn du die Ursachen eines Phänomens kennst, kannst du dieses Phänomen auch unterbinden. Zu den Ursachen der Riva Nummer 1 sich rächen. Das ist eines der Hauptursachen. Man möchte sich an jemandem rächen. Man möchte sein Mütchen kühlen. Das heißt, zwischen dir und einer Person gab es eine gewisse Anspannung. Es gibt da eine gewisse Form von Streit und Aggressionen. Man möchte sich abkühlen, indem man immer wieder mal ein bisschen über ihn Herablassendes sagt. Man denkt, man hat sich damit etwas gut getan. Man hat sich sozusagen ein bisschen abgekühlt und wenig gerecht an ihm. Und jedes Mal, wenn es dazu kommt, wenn sein Zorn wieder auflodert, dann versucht er das wieder ein bisschen abzusenken, indem er immer mal ein paar Häppchen von ihm verspeist. Das ist eines der Hauptgründe. Das zweite Grund, man möchte seinen Genossen einfach schmeicheln. Das heißt, eine Sitzgenossen, sie haben halt diese Gewohnheit, wie bei den Frauen. Bei den Frauen ist es meistens häufiger, wenn sie zusammenkommen, als bei den Männern, dass sie bei den Frauen ihre Sitzungen sind meistens nur, bestehen nur darüber. Wenn sie zusammenkommen, sprechen sie nur über andere. Das ist wirklich Realität. Jedenfalls, man möchte bei seinen Sitzgenossen schmeicheln. Das heißt, er sagt, wenn ich dagegen spreche oder nicht mitmache, dann werden sie eine gewisse Abneigung gegen mich empfinden. Oder sie werden mich unleidlich finden. Und dann macht er halt einfach mit, um bei seinen Sitzgenossen gut anzukommen. Und er denkt, das gehört halt zur guten Freundschaft. Drittens, das ist, die dritte Ursache hat mit einer Krankheit, einer anderen Krankheit zu tun, die wir besprechen werden, nämlich die Hochmut und Arroganz. Er möchte sich selbst anheben, indem er sein Gegenüber erniedrigt. Und um sich selbst in den Vordergrund zu bringen, um sich selbst zu beweisen, muss er erst einmal sein Gegenüber fertig machen. Und das ist eines der Gründe. Und das kehrt zurück zur Hochmut. Dazu gehört auch diese Art und Weise, wie die Menschen übereinander miteinander sprechen. Fulan ist ein Fulan, die verstehen gar nichts. Und das sind Jahala. Was will er eigentlich damit sagen? Ich bin, ich bin der Alim. Ich bin der, der das ganze Verständnis der Erde geschluckt hat. Das ist eines der Gründe. Viertens, manche machen das einfach nur zum Spiel und zum Spaß, zur Unterhaltung. Also da ist weder Zorn, noch ist da Hass, noch ist da Hochmut. Er macht es einfach nur zum Spaß und zur Unterhaltung. Dann erwähnt, spricht er über jemanden, um seine Sitzgenossen zum Lachen zu bringen. Er spielt den Clown.